Jo, servus Leute. Heute gibt es einen bestimmten Haferbrei. Eignet sich gut als Frühstück oder als Snack, wenn es mal schnell gehen muss. Ja, das heißt, was brauchen wir für Zutaten? Wir haben hier einmal 120 Gramm Magerquark. Dann haben wir 30 Gramm Peanut Butter, Erdnussbutter. Ich habe jetzt hier eine ungesüßte Variante. Dann 30 Milliliter Wasser. 60 Gramm Beeren. Ich habe jetzt hier einmal gefrorene Himbeeren und noch ein paar Heidelbeeren mit drin. Dann 60 Gramm Haferflocken und 30 Gramm Whey-Protein-Pulver. Ich habe jetzt hier den Geschmack Vanille. Ja, die Zubereitung ist wirklich sehr einfach. Das heißt, im Endeffekt kommen die ganzen Zutaten in eine Schüssel, in ein Mikrowellen geeignetes Gefäß. Da kommen die Beeren dazu. Dann die Erdnussbutter und der Magerquark. So, und alles zusammen. Füllen wir das Ganze mit Wasser auf. So, jetzt rühren wir das Ganze um. So, das Ganze kommt jetzt für 4 Minuten bei 600 Watt in die Mikrowelle. So, so sieht das Ganze dann aus. Ihr könnt jetzt hier noch, ich mache immer gerne noch ein kleines bisschen Ahn-Sirup drüber oder ein bisschen Honig vielleicht. So, und ja. Es ist wirklich sehr lecker, geht schnell. Probiert es einfach mal aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.